Das weiß ich nicht. Alles klar. Ich hab's verkackt. Wie komm ich jetzt ganz schnell hier runter? Ja, ist okay. Ich hab's schon geschnallt. So, falsche Richtung. Da geht's nicht lang. Was passiert, wenn man ungeduldig ist? Aber egal. Gleich bin ich tot. Ja, ich wärme mich doch gleich auf. So, da kann man jetzt lang, weiter hin. Ich komm da bloß nicht rechtzeitig hoch, ist die Sache. So, jetzt könnten wir das aber locker schaffen. Komm, schneller, schneller, schneller. Jawoll. Da müsste jetzt auch irgendwann noch so ein Feuerding sein, oder? Ja doch, da unten. Nice. Lampst du fast. Da haben wir alle gefunden. Das hat die Temperatur ein paar Grad aufgehoben. Verschwinden wir von hier, Yoka. In Höhlen erwarten einen immer die fiesesten Viecher. Jetzt kann ich hier rumlaufen, oder wie? Jetzt will ich auch keinen Schaden mehr. Put out, ein Schnellsturm hat meinen Hut davon gerät. Wer will auch einen Hut haben? Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich den da hinten einsammeln kann. Ich glaub so, mit dem geht das. Probieren wir gleich mal aus. Ach, lol, guck mal, jetzt sind wir auf der anderen Seite auch da, wo wir nicht hinkommen. Probier ich da direkt mal aus, ob das hier klappt mit dem, mit dem Kumpel hier. Das juckt den doch gar nicht, guck mal. Oh, das war jetzt Glück. Weg hier, weg hier. So, jetzt schauen wir mal, was hier noch ist. Gibt es bestimmt auch noch was, was hier... Und scheinlich gibt es hier nichts mehr, außer Wasser. Und scheinlich gibt es hier nichts mehr, außer Wasser. Alles klar. Den Bätschern auch, aber wie komme ich jetzt an den dran, an den Geister? Das weiß ich auch nicht. Gibt es hier auch was Bestimmtes? Können höchstens noch mal da oben reingucken. Aber da mache ich jetzt erstmal eine kurze Pause. Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. So, ich bin jetzt wieder zurück, jetzt geht's direkt weiter. Moment. Mikrofon habe ich eingestellt, gut. Alles klar. Jetzt schauen wir nochmal hier oben rein. Ob wir hier weiterkommen oder was hier nochmal genau war. Kristallenhöhle. Ach, das war der Eingang hier. Ah. Ach, ja, ja, genau, genau. Das war die Höhle hier. Mehr ist er hier nicht. Ist er Schneehüte? Wir müssen ja auch irgendwas zu bedeuten haben. Aber ich weiß nicht was. Ich denke mal, wir beenden das Level und gehen direkt in die neue, in die dritte Welt. Oh. 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 Yeah. Wieuche ich nach Hivori Towers finden auch noch ein paar Sachen? Stammblockdroben. Da brauchen wir noch 33 und noch den Geist und die 10 Sachen. Ich weiß bloß nicht, wie ich den einen Geist kriege. Den einen musst du schnell fangen, den anderen musst du betäuben, den anderen kannst du einfach so einsammeln, den anderen musst du was in den Mund schießen und den anderen den einen keine Ahnung. So, wir brauchen hier auch noch 12 Pages, ein Molekül. Vielleicht kommen wir dann irgendwie weiter. 172 zu 200. Da brauchen wir auch noch ein paar. Und Trauerlabyrinth-Sumpf, das ist die neue Welt. Reinhard-Semien. Alles klar, die Welt ist vorbei. Schauen wir mal, was die nächste Welt zu bieten hat. Ich bin mal gespannt, was es für eine Form gibt. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen kann mit dem Molekül. Also wie ich das kriege. Ich glaube eher, dass das oben im Turm ist. Hinter dieser Wand. Aber ich kann ja nicht aufmachen. Das ist bestimmt was. Ach, da oben ist ein Pätschi, genau. Komm, bleib da draus stehen. So. Genau. So. Da muss ich auch irgendwie hochkommen können. Ich glaube, ich weiß schon wie. Alles klar. Nein. Nein. Nein, nicht so, sondern... So. Alles klar. Wir haben ein neues Pätschi erreicht. Cool. Die Welt ist soweit. Also größtenteils erledigt. Sag ich mal. Wings da jetzt weiter oder da andersrum? Ah, hier. Ich glaube, da kann man von der anderen Seite her... ... 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 ich glaube da geht es jetzt wirklich weiter zur nächsten welt hab den weg mich vergessen doch das sieht ja dschungelartig aus stimmt schon die richtung hivori towers genau das sind wir richtig da unten ist nicht die welt von der anderen zeit ach ne das ist die falsche welt